Aus zivilisierteren Tagen, ein Bucketheads-Podcast über alte Star-Wars-Spiele. Hallo liebe Zuhörende, willkommen zurück in Aus zivilisierteren Tagen, der Reihe, in der wir über vorzugsweise alte Star-Wars-Spiele reden. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den äußerst zivilisierten Lasse. Hallo. Hallo Kevin, danke für die zivilisierte Anrede. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Du hinterlässt ja hier in dieser Reihe eine nicht enden wollende Blutspur. Erst die Wookies, dann Shark Tea und letztes Mal die harmlosen Aknauts mit den Weinflaschen, die von dir, Zitat, abgeschlachtet wurden. Du bist jetzt für mich der Schlechter von Kashyyyk, der Tyrann von Bespin und mir fallen sicherlich noch andere Dinge ein. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Und wenn du dich nicht verteidigen willst, welche Wesen mussten denn diesmal vor dir sich in den Staub werfen? Diesmal nur die Sturmtruppen und das andere imperiale Gerät. Und ich habe Besserung versprochen und habe es eingehalten, denn die Schneise der Verwüstung wurde in diesem Level sehr im Rahmen gehalten von mir. Ich habe diesmal wirklich nur die Schurken, also nur das Imperium klein gemacht. Alle anderen beschützenswerten Kreaturen habe ich verschont, befreit und beschützt. Nur mal zur Orientierung, wir sind mittendrin in der Kampagne von The Force Unleashed, Teil 1. Starkiller hat sich mutmaßlich von Darth Vader losgesagt, mutmaßlich. Er ist jetzt mit dem Ex-Jedi-General Cota unterwegs, der früheren imperialen Pilotin Juno und dem Droiden Proxy. Die suchen nach den Anführern der Rebellion, entweder um diese Rebellion wirklich gegen Vader und den Imperator zu vereinen oder um sie Vader und dem Imperator auszuliefern. Dazu hat uns General Cota jetzt nach Kashyyyk geführt. Das ist das Level, das vor uns liegt, über das wir reden wollen. Lasse, gib mir mal so einen Zwischenstand bitte aus deiner Gefühlslage. Wie ist momentan dein Stand, was dieses Spiel angeht? Wie viel Spaß macht es dir noch so? Wie fühlst du dich mit dem Spiel im Moment? Es ist ja jetzt eine Weile her, dass ich das letzte Level gespielt habe, damals noch auf Bespin in der Wolkenstadt. Da war ich sehr begeistert von diesem Level. Das war sehr atmosphärisch gemacht. Die grafische Darstellung war für die Zeit, in der das Spiel rauskam, wirklich, wirklich toll. Die Arm-Ugnots, auf die sind wir schon zu sprechen gekommen. Vor allem diese Kantina, die es da gab, das hat mich alles richtig, richtig begeistert. Und ich war dann auch sehr überrascht von diesem Twist, dass der Meister Cota jetzt wieder mit von der Partie ist und wir uns dem quasi anschließen. Und der nun auch Vader und vor allem den Imperator ja den Rücken gekehrt haben. Also das war von der Story her richtig, richtig cooler Twist, der mich sehr begeistert hat, mich neugierig gemacht hat, wie es weitergeht. Und nun, im Ausblick auf dieses Level, ist jetzt Kashyyyk als Schauplatz zurückgekehrt. Es gab es ja schon ganz am Anfang dieses Tutorial-Level, wo man noch Vader gespielt hat. Jetzt zurück auf Kashyyyk, da war ich richtig, richtig begeistert. Und dann geht's ja auch los, diese Rampe da geht runter. Von unserem Schiff, der Eklips, glaube ich, hieß es. Und dann habe ich Kashyyyk gesehen und es hat mich aus den Socken gehauen. Ja, mich auch. Also Juno setzt Starkiller da auf der Oberfläche ab. So what am I looking for, General? You'll know when you see it. Und dann greift die Atmosphäre nach mir richtig. Also Kashyyyk sieht überhaupt nicht mehr aus, wie wir es zuletzt gesehen haben. Damals war es noch lichtdurchflutet und üppig grün. Und jetzt haben wir hier tiefste Nacht. Und diese mächtigen Washer-Bäume sind abgebrannt. An vielen Stellen brennt es auch noch. TIE-Fighter fliegen über die Oberfläche. Und damit kriegt man mich ja immer. Sobald ich einen TIE-Fighter höre, geht es mir gut. Und diese TIE-Fighter haben auch noch Scheinwerfer, mit denen sie diese Oberfläche da absuchen. Also hier wird das klare Signal gesetzt, das Imperium hat nicht nur die Kontrolle übernommen über diesen Planeten. Das Imperium hat diesen Planeten mit Zerstörung überzogen. Ich finde das immer besonders, wenn ein Spiel an einen Schauplatz zurückkehrt. Also der ist jetzt hier in dem Fall irgendwie vertraut. und doch verändert. Das fand ich schon immer stark an Computerspielen. Und das waren immer besonders attraktive Momente in so Spielen. Also ich denke an diese Reihe Manic Mansion von Lucasfilm Games und später LucasArts. Im ersten Teil ist man in diesem alten Landhaus von Dr. Fred. Und in dem Nachfolgespiel Day of the Tentacle geht man dann wieder in dieses Landhaus. Es ist halt leicht verändert, auch der Zeit geschuldet. Aber vieles erkennt man irgendwie wieder. Und so einen ähnlichen Vibe hatte ich hier auf Kashyyyk. Kannst du das nachempfinden? Hast du in Computerspielen auch so Momente Rückkehr an bekannte Orte? Ist das was, was dir auch was bedeutet? Ich habe gerade überlegt, während du gesprochen hast, mir fällt es nichts adäquates ein, aber ich weiß trotzdem genau, was du meinst. Also hier auf Kashyyyk ist es ja auch so, wir haben Kashyyyk in Episode 3 gesehen, in den Klonkriegen haben wir es gesehen. Dann dieses Tutorial Level mit Vader haben wir es gesehen, du hast es eben schon gesagt, dieses üppige Grün ist da, die Wookies leben da. Es ist alles so ein friedfertiger Planet mit diesen hochsympathischen Einwohnern. Und nun sind wir wieder hier und du hast es ja eben beschrieben, das Imperium hat diesen Planeten voll unter Kontrolle. Und es beutet diesen Planeten ja auch aus, diese schönen großen Bäume, die sind gefällt, verkohlt, verbrannt, definitiv auch beschädigt durch Blaster-Einschüsse auch. Die TIE Fighter mit diesen Suchscheinwerfern bei Nacht, die machen wirklich diesen Eindruck, hier wird alles überwacht, unter Kontrolle jeglicher Funken des Widerstandes oder des Aufstandes auf diesen Planeten wird vom Imperium direkt klein gehalten und unterdrückt. Und in der Ferne sieht man ja auch schon so eine imperiale Facility, wo ich mir dann gedacht habe, das Imperium wird hier das Holz dieser Bäume verarbeiten, daraus irgendwie Energie gewinnen, um weiter ihre Kriegsmaschinerie anzutreiben und Waffen zu bauen. Und die Wookies sieht man jetzt zu diesem Zeitpunkt, über den wir gerade sprechen, nicht. Aber natürlich habe ich mir gedacht, die sind versklavt und schuften hier irgendwie. Wahrscheinlich müssen sie ihre eigenen Bäume in der Axte hacken und in den Glutofen werfen. Sowas Furchtbares habe ich befürchtet. Wir hatten es ja schon so ein bisschen gesehen in dieser einen Cutscene, die uns letztes Mal schon vor die Füße geworfen wurde. Da gab es ja schon diesen Blick auf Kashyyyk, wo Wookies in Ketten gezeigt wurden und Leia und dieser Bösewicht, dieser Captain Stern, dieser Imperiale in dieser weißen Uniform, der dann noch so eine Pelzbandoliere drum hatte, was ihn so ein bisschen abgehoben hat von anderen imperialen Offizieren. Und was uns schon so angedeutet hat, das ist ein Typ, der jagt Wookies mutmaßlich. Und in dessen Kontrollbereich sind wir jetzt. Aber wir laufen jetzt hier keine zwei Meter am Anfang. Dann kommt auch schon die erste Cutscene. Magst du mal erzählen, was wir da sehen? Ja, wir sehen unseren Starkiller, der eine uns als Zuschauer bereits bekannte Hütte sieht und davor tritt. Und an dieser Hütte ist das Zeichen der Rebellion dran. Und ich habe sofort gemerkt, das ist doch die Hütte, aus der Darth Vader unseren Starkiller, also den kleinen Galen Merrick, damals als kleinen Jungen ausgeholt hat, indem er nämlich seinen Vater, den Jedi-Meister Merrick, besiegt hat. Und nun kehrt Galen an diesen schicksalsträchtigen Ort für ihn zurück. Und dann taucht der Vater auf. Genau, er sieht einen Machtgeist. Und bevor der Vater auftaut, hatte ich aber noch so ein kleines Déjà-vu. Und zwar spricht Starkiller ja über seinen Comlink mit Ram Cota und sagt, ich habe eine alte Hütte gefunden, aber sie ist mir auch vertraut. Ich spüre hier Dunkelheit und Trauer. Und wir Spielende, wir wissen ja, was da passiert ist. Und Ram Cota sagt so, wende dich ab, setz die Mission fort. Aber Starkiller bleibt dann hartnäckig und dann sagt Cota diesen Satz, gehst du hinein, bist du allein mit dem, was du vorfindest. Und da, also habe ich Meister Yoda auf Dagobah sprechen gehört, der zu Luke sagt, deine Waffen, du wirst sie nicht brauchen. Nur das, was du mitnimmst, wirst du dort auch finden. Genau, Luke fragt, was werde ich dort finden? Und Yoda antwortet, nur was du mit dir nimmst. Ja, schöner Gedanke. Ich hatte auch gedacht, als Dakota sagt, the boy is not ready, ist das auch eine Anspielung auf viele Star Wars Momente, die wir schon erlebt hatten. Also es ist genauso ein Echo, wie das, wie du das gerade geschrieben hattest, dieses the boy is not ready. Qui-Gon Jinn will ja auch nicht, dass Anakin in die Schlacht von Naboo eingreift. Er soll sich da in diesem Cockpit verstecken und nix machen. Aber Anakin greift trotzdem ein. Oder Obi-Wan und Yoda wollen nicht, dass Luke sich wederstellt. Doch der tut es trotzdem. Und das ist so wichtig für Charaktere, dass sie sich, in diesem Fall ist es bei Luke der Fall, dass er sich der Vergangenheit stellt. Also seine eigenen Vorgeschichte. Und das ist jetzt so eine Parallele zu Starkiller auch potenziell. Also dass man sich der eigenen Vorgeschichte stellt, der eigenen Familie. Und nur wenn Charaktere das tun, kommen sie eigentlich auch erst voran. Also die Frage für mich ist, kannst du dich überhaupt positiv entwickeln, nach vorne entwickeln, wenn du dich nicht mal deiner Vergangenheit gestellt hast. Und dazu macht Starkiller hier den ersten Schritt zumindest. Also er tritt in diese Hütte ein und es erscheint der Machtgeist seines Vaters. Und der sagt Ich wollte nicht, dass du da reingezogen wirst. Es tut mir leid, mein Sohn. Und dann verschwindet er wieder. Genau. Und Starkiller stellt das auch gar nicht in Frage, ob das wirklich der Vater ist. Er sagt dir gleich, Vater, bleib. Also der Verlust, der Schmerz ist zu sehen in dem Schauspiel von Sam Witwer. Aber dann verpufft der Moment für mich etwas. Also das Spiel erzählt mir nicht, was Starkiller mit dieser Begegnung mit seinem Vater macht. Der sagt nur, ich bin so ein bisschen durchgeschüttelt jetzt. Oder hast du da mehr draus lesen können? Nee, ich hab das auch so empfunden. Also er spürt die Dunkelheit, er spürt, das ist Familie hier, das ist vertraut für ihn. Er sieht dann seinen Vater, zumindest dieser Machtgeist, der sagt, dass er der Vater ist. Und dann hat natürlich Starkiller tausend Fragen. Und der Vater verschwindet direkt wieder. Der hat nur so eine holprige Entschuldigung. Ich wollte das alles nicht. Ja, und dann hat sein Sohn Fragen und dann zischt er schon wieder ab. Hm, fragwürdiges Vaterverhalten. Aber vielleicht ist es in der Mechanik des Machtgeistes nicht anders hier zu machen. Und im Sinne des Storytellings finde ich es schon toll, dass wir hier so einen kleinen Happen erstmal vorgeworfen bekommen. Starkiller wird hier das erste Mal so mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Aber dann geht es erstmal rein in die Action und mal schauen, wie es denn weitergeht mit der Vergangenheit. Und ich möchte das gerne wissen, was ist in dem vorgegangen. Und hoffe, dass dieser Pfad nochmal aufgegriffen wird irgendwie. Weil mich das Spiel hier an der Stelle so ein bisschen unzufrieden zurückgelassen hat, habe ich den Comic nochmal rausgeholt zu dem Spiel. zu The Force Unleashed und der ordnet diesen Moment tatsächlich ein bisschen ein. Also er zeigt, dass Starkiller in der Hütte nicht nur diesen Machtgeist seines Vaters trifft, sondern vorher durchlebt Starkiller diesen ganzen Moment nochmal aus seiner Kindheit. Vader kommt in die Hütte, tötet den Vater, nimmt dann Starkiller und tötet seine eigenen Leute auch und nimmt dann Starkiller mit. Also das durchlebt der Starkiller nochmal und dann erscheint ihm der Vater und sagt nochmal diesen Satz, I never wanted this for you und lässt Starkiller dann aber auch da alleine. Dann gibt es aber nochmal eine kleine Einordnung aus dem Off sozusagen. Also dieser Comic wird erzählt in einer Art Rückblende aus der Sicht von Proxy und Juno. Die sitzen bei Bail Organa und erzählen die Geschichte von Starkiller, warum das aus deren Sicht möglicherweise ein guter Kerl ist und jemand, dem man vertrauen kann. Und der Proxy sagt da, als mein Meister die Hütte verlassen hatte, war er offenbar nicht mehr Starkiller. Er ist etwas Mächtigeres geworden, etwas noch viel Schrecklicheres. Und der Starkiller sieht dann in diesem Comic auch ziemlich wütend aus, wie der da aus der Hütte rauskommt. Das ist eine ganz andere Darstellung irgendwie dieses Momentes und eine Interpretation, die mir dieses Spiel überhaupt nicht liefert. Dass der Starkiller jetzt wütend ist. Das ist richtig, das habe ich auch nicht wahrgenommen. Er ist neugierig, ängstlich, neugierig. Und so macht das natürlich auch Sinn, dass der Vater sagt, ich wollte nie, dass es so kommt. Weil wenn der sieht, sein Sohn ist so etwas Schreckliches geworden, eine diabolische Maschine, zumindest wenn so einer ja aufgezogen, dann bringt das direkt ein bisschen mehr Subtext in die ganze Sache, ja. Mal gucken, was daraus noch wird. Wir finden uns dann jetzt erstmal wieder außerhalb der Hütte wieder. Wir stehen auf verbrannter Erde um uns herum, riesige, verkokelte Überreste von den Bäumen weiterhin, hier und da auch noch Brandnester, Rauch, durch die Luft schwirren auch Glutpartikel. Das konnte die Grafik schon sehr schön darstellen. Und wir hören dann einen Funkspruch von Juno. Die sagt, wir sollen weiter vorangehen, da vorne kommt gleich eine große imperiale Einrichtung, sagt sie. Es kommt aber tatsächlich erstmal was anderes, es kommen neue Gegner. Wir sehen drei Sturmtruppen mit Flammenwerfern, die gerade auch Flammen auf den Wald werfen. Was macht man mit Flammenwerfern? Man wirft Flammen. Wie hast du diese Flame Trooper erlebt? Waren die für dich ein Problem? Haben die für dich eine neue Herausforderung dargestellt oder gar nicht? Erstmal fand ich die vom Design cool. Ich habe mich an diesen Flammenwerfer-Sturmtruppler aus dem Finale von Mandalorian erinnert, der in diese Kantine da reingeht. Der hatte auch diesen roten Helm und diese roten Schulterplatten und diesen Flammenwerfer. Aber dann haben die Kollegen hier noch so ein Schutzschild aktiviert, wie so ein Druidika eins hat. Und dann dachte ich, okay, Schutzschild habende Flammenwerfer-Sturmtruppler, das wird hart. Ich bin zu den Jungs hingegangen und habe denen erstmal meine Machtblitze entgegengeschleudert, wie ich das ja von dir gelernt habe. Nutze die Blitze. So, aber die Blitze waren gegen dieses Schild nicht wirklich effektiv bei mir. Deshalb habe ich erstmal wieder ein bisschen Sicherheitsabstand genommen und habe dann Steine, die da rum lagen auf diesem Weg, und auch so explosive Fässer auf die Flammenwerfer-Sturmtruppler geworfen. Und die waren sehr effektiv. Also das hat die Truppler direkt den Garaus gemacht. Und diese Range von den Flammenwerfern, die war ja auch begrenzt, sodass sich mit genügend Abstand auch relativ wenig Schaden genommen hat. Und die Macht hat dann den Rest getan und die Steine auf die Jungs geworfen. Das war meine Taktik. Ich höre dir ein bisschen neidisch zu, dass du sagst, du hättest die Fässer und die Steine auf die geworfen. Sag mir nicht, das hätte präzise funktioniert. Das hat sehr präzise funktioniert. Dank des Gamepads. Dank des Controllers. Nein. Also wenn ich versuche, was zu werfen mit Maus und Tastatur, dann geht mindestens die Hälfte irgendwo hin und nicht dahin, wo es soll. Ja, aber Glückwunsch zu dieser Taktik, weil diese Schilder sind echt die Pest von diesen Flammentrupplern. Also da gehen ja nicht nur die Blitze nicht durch, da geht ja auch Lichtschwert nicht durch, Force Push, gar nichts geht da durch. Bisschen OP, würde ich sagen. Und mein Vorgehen war dann auch, auf jeden Fall separieren diese drei Flammentruppler, nicht gegen die drei irgendwie in der Gruppe kämpfen so. Weil sonst haben die dich wieder in so einem Kreislauf des Todes, wo du getroffen wirst und dann kannst du erstmal nichts machen. Also auf Abstand halten und dann so ein bisschen anknabbern, würde ich mal sagen und dann klein hacken. Mit anknabbern meine ich, also entweder kann man in die Luft springen und dann mit so einem Aerial Strike so eine Druckwelle erzeugen. Das erschüttert die so ein bisschen, dann fliegen die erstmal durch die Gegend und dann sind die verwundbar. Und was bei mir auch geklappt hat, war der Lichtschwertwurf. Nutzst du den? Ich habe den freigeschaltet, ich habe den aber in diesem Level nicht ein einziges Mal genutzt. Weil alles andere hat gereicht. Das war aber ein fataler Fehler, nehme ich an. Nee, es ist kein Fehler. Also du bist ja auch gut klargekommen gegen die Teile. Aber es ist mein persönlicher Lieblingsmove im Moment. Also er hat Nachteile, aber er macht wahnsinnig viel Spaß. Und er müsste eigentlich mit dem Gamepad noch besser funktionieren als mit der Tastatur. Also du visierst die Gegner an, drückst dann Blocken und drückst dann die Feuertaste. Und der Effekt ist dann, dass der Starkiller das Lichtschwert nach dem Ziel, das du anvisiert hast, wirft. Und er trifft halt immer. Und das ist gegen diese Flammentruppler, da wird zumindest mal das Schild deaktiviert von denen. Und gegen so Jetpack-Trooper. Wollte ich gerade sagen. Da ist das super. Das würde Sinn machen. Die werden in der Luft aufgespießt. Und kommen da nicht mehr voran. Also es ist kein One-Hit-Kill. Die wenigsten Gegner sind sofort platt, wenn man das gemacht hat. Aber man hat die zumindest mal im Griff. Und mindestens die Hälfte abgezogen von der Lebensenergie. Also Lichtschwertwurf. Und das gibt es dann weiterentwickelt noch. Das Manöver heißt dann Impale. Also sozusagen festnageln. Das ist dann noch mächtiger. Kann ich nur empfehlen, das zu lernen. Hast du überhaupt irgendwelche neuen Techniken implementiert in deiner Spielweise? Irgendwas, was wir gelernt haben? Also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch so eine neue Fähigkeit zum Start. Dieses Level, das ist so ein Lightning Shield. Tatsächlich nicht. Lightning Shield. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal freigeschaltet. Wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Oh, da kommt wieder der Pragmatismus in mir durch. Ich habe wirklich ganz viel mit Force Push gearbeitet. Und Steine, Fässer und auch Truppler auf Truppler geworft. Das hat wirklich bei jedem Gegner in diesem Level hat das sehr gut funktioniert. Und ich dachte, never touch a running system. Ich bleibe dabei. Deshalb habe ich das gar nicht für nötig empfunden, andere Attacken noch gebraucht zu haben. Das überrascht mich, weil es gibt Gegner wie diese Sturmtruppen Commander. Die kann ich gar nicht greifen, weil die diesen Schild um sich haben. Und da muss ich auch erstmal was anderes machen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich habe auch viel von Lasse gelernt. Ich habe sehr viele Sturmtruppen gegriffen und durch die Gegend geschmissen. Es macht doch einfach Spaß. Und du kannst dir ja auch so greifen, dann zappeln die erstmal so in der Luft. Und dann kannst du ja, wenn du einen Controller benutzt, relativ zielsicher auswählen, wo du hinwerfen willst. Und dann kannst du dir auch gegen diese Sturmtruppler Commander werfen, die du ja selber nicht greifen kannst. Wo drücke ich denn drauf, wenn ich zielen will zum Werfen mit dem Gamepad? Das ist bei mir die Taste X auf meinem Xbox-Controller, der ja mit Windows kompatibel ist. Das ist der Hauptfeuerknopf sozusagen. Das ist der Hauptfeuerknopf, genau. Und dann fliegen die dahin und treffen dann ihr Ziel. Und das Ziel machst du wie? Einfach indem du dahin guckst? Das Ziel mache ich mit einem Steuerknüppel. Ich mache das glaube ich falsch, weil ich hatte mir mal eingebildet, dass das Gucken allein nicht reicht, sondern dass man auch noch mit der Richtungstaste, bei mir ist es WASD, halt noch irgendwie die Wurfrichtung vorgeben muss. Ja genau, das ist es auch. Das gucken wir jetzt nicht. Es ist die Wurfrichtung mit WASD. Also bei mir ist es der Steuerknüppel für die Bewegung des Spielers. Und ich schlage damit ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich hebe den einen schwächeren Trupplerhof und werfe ihn auf den mächtigeren. Und beide nehmen immensen Schaden, liegen auf dem Boden, müssen sich aufrappeln. In der Zeit bin ich schon da und schlachte sie mit meinem Lichtschwetter. Mal gucken, ob das wirklich auch in der nächsten Situation klappt. Wir kommen an ein großes Tor mit zwei Wachtürmen. In den Wachtürmen stehen Sturmtruppen mit E-Webs, Heavy Repeating Blastern. Vor dem Tor stehen mehrere Sturmtruppen und ein modifizierter AT-ST. Ja, der sah ein bisschen crazy aus, fand ich. Ja, weil der noch ein paar Kanonen hat zusätzlich montiert. So unproportional. Der hat so eine riesen Haubitzenkanone, nenne ich das jetzt mal so als Laie, an seiner linken Kopfseite. Und der sah sehr gefährlich aus. Wie bist du denn da vorgegangen? Ja, sehr ähnlich. Also diese E-Web-Kanonen, die haben ja von diesen beiden Türmen links und rechts auf mich geschossen und mich die ganze Zeit ja genervt. Von denen bin ich immer so davon gehopst. Und dann habe ich diese Explosivfässer und die Scheine, die da auf diesem Vorplatz lagen, erstmal auf den AT-ST geworfen. Das hat auch richtig Damage an dem gemacht. Dann kam ich an so eine Finisher-Sequenz, wo ich da eine Tastenfolge drücken musste. Dann habe ich den platt gemacht. Und dann habe ich diese Truppler, die noch am Boden waren, gegriffen und auf die E-Webs da oben geschmissen. Das gab einen Feuerball und dann hatte ich die Situation geklärt. Ach ja, ich bin beim ersten Mal direkt reingelaufen, genau in die Mitte und bin dann in so einen Kreislauf des Todes geraten und bin, glaube ich, einmal gestorben auch. Und dann habe ich mich am Anfang erstmal zurückgehalten. Da ist so eine große Baumwurzel, hinter der man sich verstecken kann. Und von da aus habe ich dann diese E-Webs ausgeschaltet, indem ich nur deren Schüsse pariert habe, reflektiert habe zu denen zurück. Und dann habe ich, genau wie du, mit Felsen halt den AT-ST mal trätiert und der war dann tatsächlich auch sehr schnell hinüber. Das stimmt. Das mit den Felsen war dann aber bei mir echt Glückssache, dass die getroffen haben. Ja gut, aber da erkenne ich Ähnlichkeiten. Dieses Quick-Time-Event, wie sah denn das bei dir aus? Also ich meine, der Moment, als man den AT-ST eine gewisse Menge Lebensenergie abgezogen hat, kommt man ja in dieses Quick-Time-Event. Wie sah das bei dir aus? Der hatte ja so, ich schätze mal, ein Sechstel, ein Fünftel seiner Lebensanzeige noch. Und dann ging dieses Event los. Erstmal musste ich springen und ich bin höher gesprungen, als dieser AT-ST hoch ist. Du wirst mir bestimmt sagen können, wie hoch so ein Teil ist. Nein, immer noch nicht. 4 Meter, 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter, also sehr, ich schätze mal so 5 Meter, sehr hoch. Ich springe höher, also Starkiller springt höher als das. Ich drücke die nächste Taste und er lasert diese Blitze da aus seinen Händen und krümmt den Rücken dabei, sodass man wirklich sieht, wie die Force unleashed wird. Die Macht wird da entfesselt. Da erschockt diesen AT-ST. Dann lande ich auf dem Boden und schwinge mich so einmal, wie so Tarzan an einer Lian, also einmal so um ihn herum und schwinge mein Lichtschwert mit einem gekonnten Streich auf ihn drauf und dann zucken, so wie so Boxhandschuhe, die Starkiller hat, so Blitze. Und die kloppt er dann da voll in diesen Kopf des AT-STs und dann bricht das Ding in sich zusammen aus einer Mischung aus Feuerball und Machtblitzball. Und dann liegen nur noch die Einzelteile auf dem Boden. Ja, sehr schön. Das ist eine andere Sequenz als bei mir. Ah, erzähl mir deine. Also der Starkiller schwingt sich auch so hoch in die Luft über den AT-ST und dann dreht er sich irgendwie so dreimal um die eigene Achse und wirft so Blitzkugeln auf den AT-ST und dann fällt er schon um. Dann ist er umgefallen, so schnell ging das. Dann ist er gleich umgefallen, ja. Du bist der bessere Spieler, Kevin. So schnell geht das. Was mir gerade eingefallen ist, du bist ja so leichtfertig darüber hinweggegangen. Du hast gesagt, nicht ich springe, sondern der Starkiller springt. Kennst du das, wenn man sehr lange ein Spiel spielt? Vor allen Dingen sowas, wo man hochspringen kann oder so. Verwirrt sich das in der echten Welt manchmal? Also konkret, als ich noch jünger war und Jedi Knight gespielt hatte, Jedi Knight 2 war es, glaube ich. Da konnte man auch ab einem gewissen Punkt im Spiel sehr hoch springen und ist echt leicht auf irgendwelche Mauern drauf gesprungen. Und dann habe ich mich selber mal dabei erwischt, wie ich durch meine Heimatstadt im Ruhrgebiet gelaufen bin und irgendwie kurz, immer so ganz kurz das Gefühl hatte, ja, jetzt könnte ich da mal so auf die Mauer springen. Hast du schon mal so ein Realitätsmix-Gefühl gehabt im Zusammenhang mit Computerspielen? Also das war bei mir echt selten und auch echt nur im Zusammenhang mit diesem Spiel. Aber ich erinnere mich noch sehr genau an dieses Gefühl. Ich finde es einerseits gruselig, andererseits irgendwie schön. Hast du sowas schon mal gehabt? Das habe ich noch nicht gehabt. Ich würde jetzt sagen, du hast das Spiel ein bisschen zu viel gespielt. Auf jeden Fall. Damals hatte ich Zeit. Nee, so in der Realität hatte ich das noch nie. Aber ich habe schon mal davon geträumt, von Star Wars Battlefront 2, dem alten Teil. Ah, was war da los? Da gab es ein so ein Level Helden gegen Schurken in Mos Eisley und da konnte man über diese Häuser in Mos Eisley rüberspringen. Am coolsten sah das mit Darth Maul aus, weil er diesen Kampfrock hier anhatte und der flatterte dabei noch so. Und er hat dann so die Arme und Beine so hochgezogen und sah richtig wie so ein Ninja-Kämpfer dabei aus. Das habe ich auch mal damals mit 15, 16 Jahren auch irgendwie geträumt. Aber ja, mehr Realität war nicht zu machen. Das akzeptiere ich aber. Sehr schön. Nach dem AT-ST muss man dieses riesige Tor aufbiegen. Ich erinnere mich, dass du mal ein Problem hattest, so eine Brücke umzubiegen. Ja. Auf Rex's Prime. War das jetzt dieses Mal leichter? Wie soll das leicht? Bei dieser Brücke, da bin ich immer auch wieder runtergefallen. Und hier macht man ja einfach nur so einen gewaltigen Force-Push auf das Tor und dann biegt sich das nach innen quasi auf und dann kann man da durch die Lücke schlüpfen. Ach, ausgerechnet das hat bei mir nicht geklappt, dieser Force-Push auf das Tor, sondern ich muss das Tor greifen und dann mit der Macht wegbiegen. Nach vorne oder nach hinten, beziehungsweise nach links oder nach rechts. Ah, das geht. Okay. Force-Push geht gar nicht. Was auch geht, ist diesen riesigen Felsen dagegen schmeißen. Vielleicht hast du recht und ich habe das Tor auch nach innen aufgebogen. Weil dieses Biegen braucht man später noch mal. Ja. Ich spamme im Eifer des Gefechts immer gerne viele Tasten und wenn eine Sache nicht geht, dann bin ich in einer Millisekunde dabei, was anderes auszuprobieren und dann geht es so, dass meine Erinnerung im Kampfesrausch vielleicht gerade etwas verschwimmt. Realität, Realität, Realität. Kampfesrausch, Blutspur, Tyrann von Bespin und so. Hinter diesem Tor ist dann wieder so ein Moment, wo das Spiel mir so richtig gut gefällt. Die Level-Architektur ist toll. Also da ist ein Netz aus riesigen Röhren und Brücken vorne, ein Turm links, Stege, die das Imperium so in diese riesigen Bäume reingepfropft hat. Es gibt Plattformen, auf denen Scharfschützen stehen. Wir können auch unter diesen Brücken durchlaufen. Also das Level hat so eine interessante Vertikalität. Und das Imperium kommt hier so richtig schön rüber, auch als rücksichtsloser Parasit auf diesem Planeten. Am Horizont brennen auch die Washier-Bäume. Es ist irgendwie grausam und schön zugleich. Also eine farbenfrohe, lebendige Umgebung wurde hier vom Imperium verwandelt in diese finstere, lebensunfreundliche, technikdominierte Landschaft. Also vom Design her wieder ganz toll. Ich kann das völlig unterstreichen, was du sagst. Das ist auch wieder diese alte Darstellung des Imperiums. Die Natur muss beseitigt werden für das Technische, für das Industrielle. Und wir hatten ja jetzt schon mehrmals diese gewaltigen, wunderschönen Bäume von Kashyyyk, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Wie heißt die? Waschier mit gefühlt drei Y am Schluss. Genau, die Waschier-Bäume. Die haben ja genauso gewaltige Äste auch, die zur Seite ranken, zur Krone hin. Und hier sieht man zwar noch die Stämme der Bäume, die sind aber kahl und verkohlt. Und statt Äste sieht man riesige Rohre vom Imperium, die auch schon angerostet sind und so. Und da sieht man wirklich, die Natur wird verdrängt für kalten Stahl, der irgendwie Kriegsgerät erzeugen soll oder so. Also die Bildgewaltigkeit dieses Levels spiegelt gleichzeitig so viele Subtexte wieder, was das Imperium hier als Parasit, wie du selber gesagt hast, diesen Planeten hier angetan hat. Und Kriegsgerät rennt da einiges rum. Nachdem man diese Sektion überwunden hat mit diesen ganzen Brücken, man muss dann noch so einen Generator ausschalten irgendwie, der so einen Kommunikationsturm antreibt. Und dann kommt man vor ein weiteres Tor, vor einem richtigen Gebäude. Und dort empfangen uns dann Sturmtruppen und ein Offizier. Interessant ist aber dann, was sonst in dem Gebäude drin ist. Beschreib mir doch mal, wie du in dieses Gebäude eingedrungen bist. Wie bist du da vorgegangen? Genau, ich biege dieses Tor auf und komme in diesen Raum und war dann erstmal wieder ganz perplex, was ich da alles zu sehen bekomme. Da sind so zwei Energiebarrieren, so Schilde und dahinter verschanzen sich dann mehrere Truppler an einer E-Web-Blaster-Kanone auch. Ein imperialer Offizier ist da, die habe ich mit gekonnter Routine üblicherweise weggeschnetzelt und im Hintergrund sehe ich schon so einen Raum mit ganz vielen Bildschirmen. Und während ich mich durchkämpfe zu diesem Bildschirmraum, kommt mir da ein bekannter Gegner entgegengerannt mit gezückter roten Lichtschwert-Lanze, nenne ich das mal, nämlich so eine rote Wache kommt mir da entgegen. Und der ist wirklich auf mich zugestürmt, wie Han Solo mit seiner Schulter in Episode 4 durch den Todessternhangar und hat diese Lichtschwert-Lanze so hinter sich gezogen und rennt auf mich zu und ich denke, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. Aber, da habe ich mich daran erinnert, die Kollegen waren ja schon in dem Level von Bespin relativ harmlos. Und so war das auch hier. Also der Typ rennt auf mich los, ich blitze den, der hat dann so ein rotes Schild, was der so an seiner Lichtschwert-Lanze aktiviert und absorbiert damit sogar diese Machtblitze, die ich habe. Wo ich dachte, okay, die Jungs haben sich weiterentwickelt und dann habe ich aber mit meinem Lichtschwert auf den Eingel schlagen. Der konnte so ein paar Schläge parieren, aber irgendwann ist er so zurückgewichen und dann habe ich den einfach kaputtgeschlagen quasi. Wie ging es dir dabei? Das war wieder einfach. War auch einfach für dich, ne? Ja. Hast du einen Blick auf diese Monitore riskiert? Nur im Vorbeigehen, das sah für mich einfach wie Überwachungskameras von diesem ganzen Industriekomplex aus. Ich war dann viel mehr von diesen anderen Gegenständen in dem Raum beeindruckt, aber du hast da bestimmt was entdeckt auf diesen Monitoren, oder? Es war so ein liebliches Detail. Eine Überwachungskamera zeigt Leia und R2 in ihrer Gefangenschaft in einem Raum. Kleines Foreshadowing möglicherweise. Das fand ich ein sehr schönes Detail. Okay, dann geht's weiter. Dann hat man diese rote Wache besiegt. Und dann kommen wir in einen rundlichen Raum, der uns angekündigt wird von Proxy über Intercom als das persönliche Quartier von Captain Stern. Master, Imperial Records indicate that you are in the personal quarters of Captain Arsett Stern. Disciplinary reports show that he was reassigned to Kashyyyk due to his extracurricular activities. Und dieser Raum ist ein Trophäenraum. Was hat er da alles? Also erstmal hat er eine lebende Trophäe in der Mitte des Raums, nämlich eine Wookiee, der durch Gitterstäbe gefangen genommen wurde. Und ich erinnere mich daran, wie der Captain Stern in dieser Sequenz einige Level vorher zu Leia gesagt hat, die Wookiees, das sind hirnlose Bestien oder hirnlose Monster oder sowas hat er, glaube ich, gesagt. Und so wie er die Wookiees hier behandelt, spiegelt das nur das quasi wieder, was er damals gesagt hat. Ja, ich habe erstmal diesen Wookiee befreit und die Gitterstäbe kaputt gesäbelt. Aber dieser Wookiee war so strunzdoof, beziehungsweise die KI dieses Wookies. Da war also so ein Loch in diesen Gitterstäben neben ihm, aber der ist einfach weiter auf die bestehenden Gitterstäbe gegengerannt. Und ich dachte, komm, mein pelziger Freund, in die Freiheit mit dir, der Philanthrop, lass dich hier frei. Ich würde doch niemals Unschuldige abschlachten in diesem Spiel. Also entweiche doch. Naja, dann habe ich das noch ein bisschen vergrößert und dann konnte er tatsächlich davon kommen. Und dann habe ich aber diese ganzen Artefakte in diesem Raum begutachtet. Was ist da alles zu sehen? Also, ich habe erkannt, Mynorx in so einer Glasvitrine. Die zerbeißen uns ja normalerweise sämtliche Kabel. Aber hier waren sie ausgestopft in so einer Glasvitrine. Dann habe ich die Hörner eines Bantas erkannt, die da auch so dran hing. Sehr cool. Dann habe ich auch einen Kopf eines Reeks und eines Nexus und auch eines Acleys gesehen. Das sind diese drei Kreaturen in der Arena von Geonosis. Sehr cool, dass die hier waren. Und ich meine auch den Drachenkopf eines Cried Dragons gesehen zu haben, so im Hintergrund an der Wand. Ja, jetzt will ich hier nicht alles raushauen und lass dir Zeit auch noch ein bisschen zu glänzen, Kevin. Was hast du noch gefunden? Das Coolste fehlt ja noch. Das Coolste fehlt ja noch. Okay, du hast es aber gesehen, das Coolste. Darauf kommt es ja an. Ja, ja. Was ist das Coolste? Für mich ist das Coolste der Gangen in Karbonit, der da im Hintergrund steht. Ein Gangen in Karbonit? Ist es nicht sogar Jar Jar Binks? Der sieht so aus, ja. Aber gut, Jar Jar ist natürlich einzigartig, aber die Gangen sehen sich auch alle sehr ähnlich, finde ich. Also, damit ihr, liebe Zuhörenden, die das nicht gesehen habt, euch vorstellen könnt. Und an einer Wand steht ein Karbonitblock, also genau wie Han Solo als Trophäe in Jabas Palast aufgestellt war. Senkrecht als Block. So ein Karbonitblock steht an der Wand, nur da ist nicht Han Solo drin, sondern ein eingefrorener Gangen, der offenbar, naja, im Moment des Einfrierens Panik hatte. Also, der Mund ist weit auf, die Augen sind aufgerissen und die Hände sind in so einer Abwehrhaltung und er hat Ähnlichkeiten zu Jar Jar. Neben dem ist auch noch ein Kowakian Monkey Lizard als Trophäe an der Wand gehängt und das Auge einer Dianoga. Ja, aus der Wildpresse, das ist das Viech, ne? Ja, stimmt. Genau. Wie bewertest du das? Warum machen die das da? Da habe ich verschiedene Ideen zu. Zum einen ist es einfach ein nettes Easter Egg, ein bisschen Fanservice, wir laufen da rum, wir sehen das. Ich musste schmunzeln, als ich den Gangen sah, ich musste schmunzeln, als ich den Cry Dragon sah. Ich fand das irgendwie cool und es passte auch irgendwie in die Tradition von so Schurken, dass die so Trophäen ihrer Gegner oder ihrer Untergebenen aufbewahren. Also, wenn ich da an Grand Admiral Thrawn denke aus Rebels, der sammelt so Kunstgegenstände seiner Gegner. Dryden Voss aus dem Solofilm sammelt da alle möglichen Artefakte. Und jetzt haben wir hier diesen Ozak Stern, der sammelt, naja, da auch so Artefakte kann man es ja gar nicht nennen. Der sammelt ja im Grunde wie so ein Jäger, so Rehköpfe sich an die Wände hängen, hat er hier so diese Sachen. Von daher passt das inhaltlich schon. Es ist natürlich aber auch ein bisschen crazy und abgefahren. Ich glaube, die Entwickler wollten da auch mal so ein bisschen den Spaßfaktor bei sich selbst rauslassen. Also, wie cool muss es sein, für Lukas Art zu arbeiten und dann diese Sachen da zu animieren, grafisch zu designen und dann da einzubauen. Das muss einfach Spaß machen. In so einem Game finde ich es voll okay. Mir hat es gefallen. Wie ging es dir? Ich hatte mich an den Trophäenraum erinnert, aber an diesen Gange nicht mehr. Ja, es spiegelt auch neben all dem, was du gesagt hast, auch so ein bisschen diesen Zeitgeist wieder, der bis heute gefühlt anhält, dass es total gängig ist, sich halt über Jar Jar Binks lustig zu machen und den nervig zu finden und ihm tausend Tode zu wünschen. Und das ist hier so eine Erwachsenenfantasie halt wahrgemacht. Jar Jar Binks, der nervt uns, wir frieren den da ein. Also, ich kriege heute noch Jar Jar Binks Zerstörungsgifs zugeschickt. Das hört irgendwie nicht auf. Also, der ist immer noch so ein Symbol für das angeblich Nervige in Star Wars. Ich kann es verstehen nach wie vor, aber ich finde es schade, weil ich halt auch schön finde, was sie mit dem Charakter Jar Jar inzwischen gemacht haben. Und wenn man dann die Hintergrundgeschichte nimmt über den Schauspieler, die an anderer Stelle in diesem Podcast schon erzählt wurde, ich kann da nicht mehr mitsingen bei diesem Lustig machen über Jar Jar und Jar Jar doof finden und Jar Jar nervig finden und so. Also, ich sehe den heute anders als früher. Ja, ich kann es gut nachvollziehen, was du sagst. Kann man den nervig finden? Ja. Sollte man den Schauspieler dafür persönlich angreifen? Nein, auf keinen Fall. Der Ahmed Best ist so ein toller Typ, der ja auch echt viel Schlimmes durch diese Rolle jetzt erlebt hat und durchgemacht hat. Mittlerweile hat er ja auch auf öffentlichen Auftritten gesagt, was er da durchgemacht hat und wie es ihm mittlerweile glücklicherweise geht. Von daher sehe ich das auch alles eher kritisch. Es gibt ja ähnliche Beispiele, was auch mit Rose Tico gemacht wurde aus The Last Jedi, wie viel Hass die abbekommen hat. Also nicht nur die Rolle, sondern ja auch die Schauspielerin und das ist dann so die Schattenseite der toxisch bestehenden Star Wars Fanschaft. Man muss es leider einfach so sagen. Teile unserer geliebten Star Wars Familie können so bösartig sein, ja. Ja, es kommt nicht aus dem Werk, sondern aus dem Umgang mit diesem Werk kommt dieser Impetus und das hört nicht auf, leider. Zurück in das Spiel, wenn wir dann die Tür auch nur anfassen, die da ist, wird die nächste Katzin ausgelöst und das ist ein Moment, der ist besonders. Wir sehen unsere geliebte Prinzessin Leia, die mit unserem genauso geliebten Astromekdoiden R2-D2 da an einem Fenster steht in dieser imperialen Einrichtung und nach draußen schaut. Und die blickt erstmal so ein bisschen trotzig, mutig rein und bietet uns direkt die Stirn und sagt, ich hätte es wissen müssen, dass das Imperium einen Attentäter schickt. Ich hätte erwartet, dass der Imperium einen Attentäter sendet. Es ist eine Taktik. Hält uns also für einen Attentäter. Aber wir belehren sie dann ja eines Besseren. Starkiller sagt, ich bin kein Attentäter. Ich arbeite nicht für den Imperator, sondern ich bin hier mit General Cota. Ich serve nicht dem Imperator. Ich bin hier mit Master Cota. Master Cota ist tot. Er hat über Nar Shaddaa. Mein Vater. Dein Vater? Er ist Cotas Kontakt. Wie lange hat dein Vater Cota Informationen über imperialen Anrufen gelegt? Wie wissen Sie? Weil Master Cota überlebt hat und er war bereit, um dich zu finden. Let's go. Leia lässt sich aber nicht einfach so wegführen von ihm, nicht einfach mitnehmen. Also sie gibt sich nicht damit zufrieden, dass sie selbst gerettet wird, sondern sie besteht darauf, dass erstmal die Wookiees gerettet werden müssen. Starkiller soll diesen Skyhook zerstören, den Leia uns jetzt zeigt. Sie weist aus dem Fenster und am Horizont steht ein großer Turm, der ein weißes Licht in den Himmel wirft. Und das soll ein großer Transportturm sein, über den die Wookiees vom Planeten weggebracht werden sollen und dann weggeflogen werden sollen. To be shipped off world. Genau, die versklavten Wookiees. Genau. Und dieser Turm, wenn ich das kurz sagen darf, das Design dieses Turms, ja, sah schon krass aus, sah bedrohlich aus, hat in dieses dunkle, nächtliche Kashyyyk irgendwie gut reingepasst. Aber mir sah das so ein bisschen so aus, wie der Turm von Minas Morgul in Herderinge 3, der so aktiviert wird und dieses grüne Licht in den Himmel schießt, was Gandalf und Pippin dann von Minas Tirith aus beobachten, wo dann der Hexenkönig von Angmar sich da mit seinem Fellbestie, heißen die Viecher, glaube ich, da vom Himmel lässt. Ja gut, das ist meine persönliche Assoziation, ist ja auch irgendwie meine eigene Schuld, dass ich da was anderes denke, aber mich hat es nur daran erinnert und mich deshalb so ein bisschen abgelenkt davon, ja. Total nachvollziehbar, ich war zu sehr abgelenkt von Leia, ich hab mich über die Stimme gefreut, die wird gesprochen von, hast du sie erkannt? Clone Wars auf Englisch gesehen? Ja. Catherine Tabor spricht hier Leia und Catherine Tabor spricht Padme in The Clone Wars. Someone has to find out the truth. Someone does, just not you. Why not me? Because it's going to be dangerous. Whoever takes this mission will be putting their life at risk. I've been in many tough situations before. It never seemed to bother you. I never stopped you from facing danger. You're constantly getting shot at. I've been trained for that. It's very different from spying on a traitor. You mean I can't handle the mission? I mean I'm not gonna let you do it. You're not going to let me? It's not your decision to make. It's mine. Und das finde ich so schön, das reimt sich so schön, dass quasi die Stimme von Leias Mutter hier Leia spricht. It's like poetry, it rhymes. Ich hab das extra nachgeguckt, wer die spricht und hab auch gesehen, die spricht auch für Robot Chicken und für Knights of the Old Republic. Aber Clone Wars musste ich irgendwie überlesen haben dabei, aber sehr cool, dass sie Padme spricht. Das hab ich nicht rausgehört, ist mir nicht aufgefallen, aber tolle Sache. Vielleicht liest du diese Szene dann nochmal ganz anders, wenn du das weißt. Once that Skyhook is complete, the Empire will start shuttling Wookiee slaves into space. Entire villages will be taken off-world in a matter of days. The Empire will just rebuild it. Eventually, maybe. But you will give the Wookiees a chance to disappear. You can take that lift down to the forest floor. It will be crawling with Imperials. What about you? Is there still an Imperial transport on the landing platform? Yes, but I think the pilot might be dead. And what makes you think I need a pilot? Was ist denn in diesem Dialog noch so drin für uns? Also einmal ist da Leia, die selbstlos ist und sagt hier erstmal die Wookiees retten. Dann war da für mich so ein bisschen diese Logiklücke drin, was diesen Skyhook angeht. Und warum fliegt das Imperium die Wookiees nicht einfach direkt weg? Warum landen die nicht ihre Schiffe auf der Oberfläche, laden die ein? Ja. Warum bringen die die Wookiees erst in den Orbit und laden die da in ihre Schiffe? Das ist designtechnisch natürlich schön, aber logisch fragwürdig. Und dann dieser Moment, als Leia zu Starkiller sagt, wenn du wirklich ein Jedi bist, dann zerstörst du das da. Wieso glaubt sie denn, dass Starkiller ein Jedi ist? Nur weil der mit Cota da ist, ist sie gleich ein Jedi? Habe ich da irgendwas übersehen? Aber entscheidend ist für mich die Message. Starkiller sagt dann, ach, was soll ich den Skyhook da zerstören? Das Imperium wird einfach einen neuen bauen. Doch Leia antwortet, wir gewinnen Zeit, für diese Wookiees zu entkommen und sich zu verstecken. Und das fand ich schön, weil Starkiller hat hier ja eine berechtigte Frage gestellt. Macht es überhaupt Sinn, etwas zu tun, wenn man weiß, dass es nicht ewig halten wird? Eben das Imperium baut diesen Turm wieder auf. Genau wie diese Kritik kam, jetzt haben hier Luke und Vader den Imperator zerstört und die Sequels haben das kaputt gemacht, weil diese Friedenszeit ist jetzt auf einmal nichts mehr wert, die die da errungen haben. Und Leia gibt da eine Antwort drauf und sagt, doch, das spielt eine Rolle, wenn du das tust und selbst wenn das nur eine begrenzte Wirkung hat. Und das ist für mich eine der wichtigen, schönen Grundbotschaften in Star Wars. Also was der Einzelne tut, mag vielleicht im Großen und Ganzen klein wirken, aber es spielt trotzdem eine Rolle, weil Veränderung beginnt in diesen kleinen Taten. Veränderung beginnt vielleicht auch im Inneren einer Person schon. Und das ist eine fundamentale Einsicht, die auch in so vielen verschiedenen Kulturen und Mythologien verankert ist. Also diese Universalität ist irgendwie einer von tausend Gründen, warum Star Wars so viele Menschen über so viele kulturelle Grenzen halt auch hinweg bewegt, weil das so eine universelle Botschaft ist. Und ich bin dankbar, dass es hier in diesem Spiel drin ist. Ich finde, es unterstreicht auch nochmal so die Kernunterschiede zwischen Imperium und Rebellen. Für das Imperium ist ja das Individuum nichts wert. Das Imperium setzt auf Uniformiertheit, Gleichwacherei und die Rebellion, und Leia ist ja nun mal die personifizierte Rebellion, kümmert sich ja auch um das Individuum. Und wir sehen ja am Ende auch diese Wookies, die, das kann ich hier ja schon mal vorwegnehmen, Starkiller befreit. Das sind so zwei, drei Dutzend Wookies, vielleicht an der Gesamtpopulation der Wookies oder an der, die da auch versklavt und verschleppt werden, vielleicht gar nicht so viele. Aber es sind vielleicht 20, 30 Wookies, die es geschafft haben durch die ehrenhaften Taten von Starkiller. Und ohne Leia oder ohne ihren Zuspruch hätte er das so nicht gemacht. Und das ist doch die Taten eines Jedi. Kümmert dich um deinen Nächsten. Kümmert dich um deinen Nächsten und sage Gewalt ab, Passivität und beruhigt die Leute. Ist dir noch was anderes wichtig an Leia? Ja, wir erhalten dann diese Sidequest, dass wir da diese, auf Deutsch heißt es, Himmelsplattformen zerstören sollen. Und sie sagt dann noch, ja, hier, ne, nehmt diesen Fahrstuhl da, wir sehen dann auch diesen Fahrstuhl, da geht's wohl gleich weiter im Level-Design, alles klar. Und Starkiller sagt dann noch, und was ist mit euch? Also, es ist ja lieb, dass er sich da um Leia so kümmert. Und sie antwortet dann nur, ja, ist noch dieser imperiale Transporter an der Landeplattform? Und Starkiller, ja, aber ich fürchte, der Pilot ist tot. Und wenn ich mir meinen Spielstil so anschaue, dann ist der Pilot definitiv tot, ja, sorry. Und Leia geht dann so an uns vorbei und im Vorbeigehen sagt sie dann, was soll ich denn mit einem Piloten? Und da dachte ich dann nur, ja, das ist die Tochter von Anakin Skywalker, einem der besten Piloten der Galaxis. Die kann diesen imperialen Transporter auch alleine fliegen, braucht keinen Piloten. Das war cool, hab ich gefreut. Fand ich auch super. Starkiller quittiert das mit so einem, was ist denn das in deinem Gesicht? Er lächelt, er freut sich irgendwie über dieses selbstbewusste, sehr junge Mädchen. Diese Leia ist ja jünger als in den New Hope. Sieht aus wie ein großes Mädchen, eine sehr junge Teenagerin. Ja, genau. Er freut sich darüber. Wir freuen uns, dass wir jetzt weiter Tod und Zerstörung über diesen Planeten ausschütten können. Wir sollen uns ja durchschnetzeln durch die ganzen Imperialen, die noch zwischen uns und dem Skyhook stehen. Im Deutschen sagst du heißt es Himmelsplattform. Genau. Das Level geht weiter wie ein Schlauch. Es ist dunkle Nacht. Das Imperium hat Suchscheinwerfer installiert. Links und rechts stehen immer wieder Buki-Baumhäuser, in denen imperiale Scharfschützen sitzen. Die sind sehr unangenehm und am Fuße dieser Baumhäuser kämpfen wir gegen Sturmtruppen und eigentlich alle Gegner, die das Spiel bisher so für uns bereit hatte, auf imperialer Seite zumindest. Also da kommen diese blauen Senatswachen im Verlauf dieses Levels, kommen Purge Trooper, Stormtrooper Commander. Das sind die, die diese Shadow Trooper rufen, die sich unsichtbar machen können. Und es kommt auch eine Shadow Guard, also der Bossgegner von Bespin, kommt jetzt hier so mittendrin, wenn wir das erste Areal gesäubert haben. Da öffnet sich dann so ein Tor und die schwarze Schattenwache kommt raus. Wie hast du das erlebt und wie hast du diese schwarze Schattenwache besiegt? Erzähl mir mal, wie du da vorgegangen bist. Also der Weg hin zu der Schattenwache war so ein bisschen, wie soll ich sagen, es war effektiv, was ich gemacht habe, aber es hat mich trotzdem irgendwie nicht so befriedigt, weil es ein bisschen lächerlich war. Also ich bin wirklich so, in der Gaming-Szene würde man das Bunny-Hopping nennen. Also ich bin wirklich nur gehüpft über diesen schlauchigen Vorplatz, damit mich die Scharfschützen nicht treffen. Die brauchen ja so ein paar Sekunden, um dich anzuvisieren und dann machen die richtig Damage, wenn du stehen bleibst. Jetzt habe ich nicht die ganze Zeit gehüpft und habe, während ich gehüpft bin, alles an Steinen und Fässern und Truppler auf wiederum die anderen Truppler geschmissen. Und so habe ich mir meinen Weg durch dieses Level gebahnt. Und das wirkt halt so ein bisschen lächerlich. Ich bin da wie so ein Flummi rumgehüpft und habe alles gegeneinander geworfen. Und ich wäre natürlich viel lieber erhabener durchgeschritten und hätte alles mit den Machtblitzen malträtriert, mein Lichtschwert geworfen. Aber ich habe dann irgendwie den leichtesten Weg, den ich mir erspielen konnte, gewählt. Bis dann ja am Ende diese Schattenwache kam. Und da kann ich dir leider auch nicht viel befriedigere das jetzt sagen, Kevin. Ich habe da alle Tasten gespammt. Ich weiß nicht, ist es ein Fehler von mir oder ist es ein Fehler der Spielmechanik? Ich bin immer so ein bisschen unzufrieden dabei. Ich besiege dieses Gegner, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie eine Lernkurve habe, wie bei Jedi Fallen Order. Da hatte ich wirklich das Gefühl, hier lerne ich so von Minute zu Minute an. Und hier ist einfach der Zufall, diese Tasten, die ich drücke, die machen irgendein cooles Quicktime-Event. Und im Endeffekt habe ich dieser Schattenwache wirklich das Genick gebrochen. Also ich habe Machtblitze darauf geschossen, dann kam so ein Event, ich habe Tasten gedrückt, Starkiller kreilt sich den im Schwitzkasten und dann dreht er den so richtig den Hals um und wirft ihn dann so zu Boden. Und dann ist er, die Schattenwache, tot. Also sehr, sehr brutal, aber wenig Machtfähigkeiten, sondern einfach eine rohe Gewalt in diesem Moment. Nicht so Jedi-artig, wie Leia es eben noch genannt hat. Zwei Gedanken dazu. Einmal zur Schattenwache selbst und vorher der Weg dahin. Also ist es die Schuld des Spiels, wie du das gefragt hast? Die Diskussion hatten wir schon mal, aber ich finde, die kann man hier nochmal aufgreifen, weil wir jetzt ein bisschen weiter sind im Spiel. Ich empfinde das schon so, dass das Spiel mir suggeriert, dass es diese ganzen Mechaniken hat. Dass ich diese ganzen Techniken kann, dass ich diese Manöver lernen kann, auswendig lernen kann, welchen Knopf in welcher Reihenfolge. Und das kombinieren mit Machtfähigkeiten und dann blockieren und wegdashen. Und theoretisch, in der Theorie, kann ich das meistern. Aber in der Praxis gibt es da nichts zu meistern, weil vieles nicht funktioniert. Vieles geht durcheinander, vieles hakt. Also wenn ich sehe, dass ein Scharfschütze mich anvisiert, dann kommt ja so ein gelbes Licht und so ein rotes Licht. Und dann drücke ich auf Dash, um wegzuhuschen. Und es funktioniert nicht. Oder es dauert drei Sekunden, er reagiert zu spät mit dem Dash. Nicht mal, weil ich gerade irgendwas anderes mache, sondern es funktioniert einfach zeitverzögert. Mit dem Parieren ist das Gleiche. Mit den einzelnen Machtfähigkeiten ist das auch so, dass die unzuverlässig teilweise funktionieren. Und daraus ziehe ich für mich den Schluss, warum soll ich das lernen? Warum soll ich diese Kombos lernen und diese Spielstile lernen, wenn das dann doch irgendwie nicht funktioniert? Zumal es einen leichten Weg gibt, wie einst Vader ihn gewählt hat. Beziehungsweise wie einst Kevin ihn gewählt hat. Machtblitze oder alles, was funktioniert. Und bei dir ist es dieses Bunny Hopping. Das ist dann irgendwie auch legitim. Also warum nicht? Ich habe aber das gleiche Gefühl wie du. Es ist unbefriedigend von der Spielmechanik her, weil es ist nicht The Force Wielding Wrecking Ball. Der mächtige Starkiller, der hier präzise vorgeht, der hier Kontrolle hat. Und das erlebe ich so nicht im Spiel. Dafür ist es zu beliebig. Teilweise nahezu kaputt. Das ist ein hartes Wort, aber so ein bisschen beschädigt, ja. Ich unterstütze das aber. Ich empfinde das auch, weil auch oft die Kameraperspektive wirklich nervig ist. Also ich habe es dann auch mal versucht, ohne da rumzuhüpfen. Und dann habe ich mich unter so einem Baumhaus verschanzt, damit mich die Scharfschützen nicht treffen können. Aber die Kamera versinkt denn unter diesem Baumhaus. Und ich sehe gar nicht mehr oben diese Plattform, wo der Scharfschütze drauf ist. Sodass ich überhaupt gar keine Strategie entwickeln kann, wie ich jetzt diesen Scharfschützen da platt machen kann. Also springe ich aus der Deckung wieder hervor, sodass ich dann nicht getroffen werde. Also es ist ein bisschen frustrierend in diesen Stellen. Und was die Schattenwache angeht, du hast geradezu ehrenhaft gekämpft im Vergleich zu mir. Pass auf. In diesem Areal, bevor die Schattenwache kommt, sind ja mehrere Käfige mit Wookies drin. Und ich habe erst mal nicht kapiert, wie die aufgehen. Ich habe mich nicht getraut, da drauf zu hauen. Das ist nämlich letztlich der Trick. Also ich stand vor diesem Käfig. Drinnen war der Wookie, der hat gebrüllt. Und ich wusste nicht, wie kriege ich den da raus. Dann habe ich irgendwann geschnallt, man muss auf den Käfig einmal draufschlagen. Dann gehen die Türen auf und zwei Wookies springen raus. Und dann hatte ich da ein Level mit sechs rumspringenden Wookies und die haben dann meine Arbeit gemacht. Ich sah dann von Weitem, wie die Schattenwache aus dem Tor kam und ein Wookie ging auf die Schattenwache zu. Und der Wookie verprügelte die Schattenwache bis auf rot, rote Energie. Und dann habe ich mich der Schattenwache nur genähert, dann wurde schon das Quick-Time-Event ausgelöst. Ich musste gar nicht mehr kämpfen, das hat der Wookie für mich gemacht. Das ist einerseits eher los, auf der anderen Seite ist es natürlich ganz im Sinne der Rebellenallianz. Also wenn wir zusammenarbeiten, können wir auch das Böse bisschen... Das war meine Schattenwache und Starkill hat ihm dann auch, so wie du das beschrieben hast, das Genick gebrochen. Ich bin total überrascht, wie schlau die Wookies bei dir waren. Also dass die so eine Schattenwache platt machen können. Bei mir waren die, wie der imperiale Ozark Stern sagt, die waren wirklich hirnlos bei mir. Bestien, das würde ich jetzt nicht sagen, aber die waren hirnlos. Denn nachdem die Schattenwache vernichtet wurde, kommt ja dieser lange Gang mit diesen Energiebarrieren, die so dazwischen sind. Die sehen so ein bisschen so aus wie diese Energiebarrieren in Episode 1. Am Ende, wo Darth Maul gegen Qui-Gon kämpft, Qui-Gon da kniet und meditiert, sind ja diese Lichtschranken dazwischen. Die gibt es hier jetzt quasi auch nur in sehr, sehr groß. Die trennen diesen ganzen Flur so in mehrere Areale ab. Und links an der Seite dieses Flures sind so Gefängnis-Zellen-Wookies drin sind. Die kann man da relativ schnell daraus befreien. Und dann kommen die Wookies da raus, die brüllen, die strecken die Arme in die Luft und machen deutlich, ich kämpfe mit dir. Und was machen die Wookies, was haben die bei mir gemacht, nachdem ich die befreit habe? Die nehmen Anlauf und springen durch diese Energiebarriere und sind dann tot. Also mir fällt kein passenderes Attribut ein, als zu sagen, die sind wirklich hirnlos. Ich schenke denen die Freiheit und die springen in ihr Verderben. Warum? Also das ist doch einfach wirklich eine schlechte KI denn in dem Moment. Ist sie. Ich kann das unterschreiben. Ich hatte diese Käfige erwähnt, wo die gefangen sind und man kann sie befreien und dann laufen sie raus. Ich hatte eine Situation, da sind sie nicht aus dem Käfig rausgelaufen. Und das war dummerweise ein Käfig, wo noch so ein Holocron versteckt war. War so eine Machtsphäre, die halt Punkte bringt, wenn man die einsammelt und ich wollte die einsammeln. Ich konnte die aber nicht einsammeln, weil die beiden Wookies davor standen. Mein Wille, diesen Holocron zu kriegen, war so groß, dass ich diese Wookies irgendwie beseitigen wollte. Kevin, der Schlechter, was hast du getan? Ich habe es versucht, dass sie nicht verletzt werden. Ich habe sie halt gegriffen und dann rausgezogen und dann wollte ich sie sanft auf den Boden setzen. Aber wegen meiner Unfähigkeit, was das Werfen angeht, hat Starkiller den Wookie halt geschleudert. Starkiller also, nicht Kevin Arnold. Genau, Starkiller hat den. Möglicherweise ging es dem Wookie dann nicht mehr so gut. Aber ich habe den Holocron. Also, ich habe bestimmt mehr Machtpunkte gesammelt als du. Das hast du mit Sicherheit, denn ich habe mich wie so oft um diese Holocrons kaum gekümmert. Wenn ich eins gesehen habe, habe ich es eingesammelt, aber gezielt danach gesucht. Das habe ich natürlich nicht. Das war mir viel zu anstrengend. Wir erreichen dann den Skyhook. Das ist dieser große Turm, den wir schon beschrieben haben. Und um diesen großen Turm herum, das sehen wir dann, sind am Boden kleine Plattformen. Insgesamt sind da, ich glaube, neun Stäbe, die so Blitzenergie in diesen Turm leiten. Und unsere Aufgabe ist es, diese Blitzstäbe aus dem Boden rauszulösen. Dann soll dieser Turm kaputt gehen. Also, wir müssen wieder aus der Frage... Ankerstifte heißen die bei mir auf Deutsch. Das ist ein guter Name. Ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben, wir müssen diese Stäbe aus der Verankerung reißen. Ja, beschreibt es gut. Um diesen Turm herum sind aber viele Gegner. Wieder Scharfschützen und Perch Trooper unter anderem. Also ziemlich unangenehm. Und wenn wir die ersten beiden Stäbe aus der Verankerung gerissen haben, kommt ein Bossgegner, der Bossgegner, Captain Stern, in einem ATS-Team. Man sieht den Stern nicht mehr, sondern nur noch den ATS-Team. Also, es gibt kein Modell im Spiel von diesem Mann Stern, sondern echt nur dieses ATS-Team-Vieh. Wie bist du vorgegangen, diesen ganzen Turmkomplex und den Endgegner? Wie hast du das gemacht? Ich habe ein Sys-Holocron eingesammelt, tatsächlich. Das links von diesem Stern, also von dem ATS-Team, auf dieser Anhöhe, wo diese Ankerstifte sind. Da lag so ein Sys-Holocron. Und das hat mir unendlich Machtfähigkeit verliehen. Und dann bin ich darüber gehopst. Wieder Bunny Hopping at its best. Der hat ja auch so eine Haubitze wieder. Dann hat der auch so ein Sniper-Modul an der Seite. Also der war nochmal sehr gut ausgestattet. Und hat mich anvisiert, hat auf mich geschossen. Ich bin dann davon gehüpft und habe so viele Blitze, wie ich konnte, auf den rauf. Und der war dann so richtig gestunt. Und während ich Blitze geschossen habe, habe ich den auch mit dem Lichtschwert die Beine gehackt. Und dann kam irgendwann das Quick-Time-Event. Da habe ich dann die Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt. Und dann fiel der in sich zusammen. Es war nicht so spektakulär, wie ich es mir erhofft habe. Weil der total krass aussah, dieser ATS-Team. Also noch viel krasser als der erste. Der hat ja auf beiden Seiten seines Kopfes diese riesigen Kanonen. Das war einfach. Habe ich auch so empfunden. Bei mir war das verstärkt, dieser Eindruck dadurch, dass der sich erstmal gar nicht bewegt hat. Also der ist stehen geblieben an seiner Startposition. Und ich konnte in der Zeit erstmal die anderen Gegner wegmachen. Und als alles gesäubert war oder nahezu alles gesäubert, es war nur noch ein Perch-Tuber übrig. Dann habe ich den auch mit Blitzen gespammt aus der Deckung heraus. Und das ging im Nullkommanichts. Ja. Da hatte ich auch wieder das Gefühl, dass man dieses Spiel nicht meistern kann und auch irgendwie nicht meistern muss. Sondern ich konnte es hier exploiten. Ja, richtig. Und wenn man das bei einem Endgegner machen kann, im ersten Durchlauf, ist das so, wie wir heute Spiele wahrnehmen, kein zeitgemäßes Gefühl mehr. Ja, also es gibt ja diesen Satz, easy to learn, hard to master. Und das trifft, finde ich, sehr gut. Jetzt ziehe ich wieder Jedi Fallen Order als positives Beispiel heran. Da kommt man schnell rein. Aber um wirklich einen hohen Schwierigkeitsgrad bestehen zu können, muss man wirklich trainiert haben. Also da muss man wirklich so Kombos auswendig gelernt haben. Und ich spiele jetzt The Force Unleashed auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad, weil ich zugegebenermaßen auch nicht so die Muße habe, wirklich jede Kombo auswendig zu lernen. Ich will auch ein bisschen vorankommen und auch die Story genießen und nicht nur die ganze Zeit sterben. Aber wie du schon sagst, das habe ich da irgendwie schnell exploitet und dass dieses Holocron mit unendlich Machtfähigkeit wirklich direkt in unmittelbarer Nähe neben diesem AT-ST lag. Und die Blitze waren ja auch, würde ich jetzt mal so sagen, eins der heftigsten Konterparts gegen diesen AT-ST. Und dann gibt mir dieses Holocron noch unendlich Machtblitze. Also es war wirklich too easy. Man merkt da auch, dass das Spiel in so einer Zwischenzeit existiert, zumindest was so Kampfmechaniken angeht. Es kommt aus so einer Zeit, wo man schon auch irgendwie viel Trial and Error gelernt hat als Spieler und wo es auf dem Weg war, komfortabler zu werden, wo man nicht mehr so oft sterben sollte. Gleichzeitig aber diese Kampfmechaniken sich erst noch etablieren. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass dann Assassin's Creed 1 gerade erschienen ist und dass so Spiele, die diese reaktiven Kämpfe etablieren, so wie Batman und so, dass das später kommt und das erst richtig verfeinert und bis wir dann bei Jedi Fallen Order und Co. ankommen. Das Spiel wurde damals ja auch sehr vermarktet, so als ein sehr haptisches Spiel für die Nintendo Wii, wo man ja mit den Controllern in der Hand, die du wirklich nach links und rechts in deinen Handgelenken schwingst, auch das Lichtschwert von Starkiller so führst. Und wir haben uns jetzt schon mehrmals über die holprige Steuerung und die Kamera beschwert und ich habe es jetzt halt nicht auf der Wii gespielt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass dieses Spiel in erster Linie vielleicht für die Wii konzipiert wurde, für diese Art der Steuerung, die ja sehr intuitiv ist. Ich drehe den Controller in meiner Hand und die Kamera wird sich auch im Spiel drehen. Das war ja für die damaligen Maßstäbe was Revolutionäres, eine solche haptische Steuerung. Und dass das dann eher holperig für Maustastatur und halt auch Controller umgesetzt wurde, ist so mein Verdacht, meine Vermutung. Kannst jetzt nicht bestätigen, weil ich es auf der Wii, wie gesagt, nicht wirklich gespielt habe, aber das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Du hast natürlich viele Plattformen und damit auch eine große Spielerschaft, die du erreichst. Das finde ich natürlich in erster Linie gut. Aber wenn es halt nicht optimiert ist für alle Plattformen, dann ist auch wieder fraglich, ob man es nicht doch so PlayStation Exclusive oder Steam Exclusive rausbringen sollte, weil dann hast du ja schon die Gewissheit, dass es vielleicht eher für Maus und Tastatur optimiert wurde. Du verstehst, was ich meine? Ja, der Fluch des Plattformübergreifenden. Also man will es auf allen Plattformen bringen, weil man dann einfach eine breitere Steuerung hat und mehr Geld einnehmen kann, theoretisch. Aber dann, die PC-Spieler gucken halt aus der Wäsche, so wie ich jetzt hier mit Maus und Tastatur merke, die Steuerung ist nicht für mich. Die Menüsteuerung, ich drücke hier oben zwischen den einzelnen Tabs zu navigieren mit Ü und Plus, um von einem Menüpunkt zum anderen zu kommen. Das ist also sowas von unintuitiv. Das schmerzt wirklich. Ich weigere mich trotzdem, das Gamepad zu benutzen. Ich frage mich jetzt, und das ist jetzt so ein bisschen ins Blau rein, weil du die Wii-Controller ansprichst, sind die nicht so ein bisschen ähnlich wie heute die Controller bei VR-Brillen? Und sollte ich vielleicht zum nächsten Mal mal ausprobieren, meine VR-Brille und die Controller da anzuschließen und einfach mal probieren, was passiert? Ob man das damit irgendwie steuern kann? Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie bin ich gerade neugierig. Also ein Versuch wäre es wert, auf jeden Fall. Kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das alles kompatibel ist. Aber probier es doch mal aus. Wäre ja cool, wenn das klappt. Und selbst wenn man das Spiel dann nur 2D sieht in der Brille, aber diese Controller-Funktion? Ja, wer weiß. Wir gucken mal. Das Ende von Captain Stern dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Wenn sein AT-ST umkippt, hat er noch so einen schönen Satz. Er endet mit den Worten Warte, lass uns doch zivilisiert sein. Das fand ich eine ganz charmante Ironie, dass der angeblich zivilisierte Offizier, der die vermeintlich Unzivilisierten auf barbarische Weise jagt, hier noch an das Zivilisiertsein appelliert. Das fand ich eigentlich ganz schön geschrieben. Wenn auch ein bisschen in your face. Ja gut. Die Skyhook-Maschine detoniert dann, Starkiller grinst und die umstehenden Wookies jubeln. Das ist das Ende dieses Levels. Meine persönliche Bilanz. Missionsziel erreicht. Die Basis auf Kashyyyk erkundet. Skyhook zerstört. Mindestens 360.000 Force-Points gesammelt habe ich gemacht. Ich hatte 626.000. Und ich habe nicht alle 15 Holocorns gefunden, sondern nur 10. Kannst du das rekonstruieren? Ich habe 4 Holocorns gefunden. Also signifikant weniger als du. Wie sind denn deine Fähigkeiten inzwischen ausgebaut? Also wie weit hast du Starkiller hochgelevelt und wo hast du deine Schwerpunkte gesetzt? Also ich habe ja den Lichtschwertwurf quasi als neuen Skill beim letzten Mal schon dazu geupdatet. Den habe ich jetzt natürlich gar nicht benutzt. Und auch da bin ich jetzt wieder so ganz pragmatisch. Man könnte jetzt auch böse sagen, ich exploite weiter das Spiel. Aber ich weiß nicht. Ich fahre halt total gut, indem ich ganz viel die Macht einsetze. Also Force-Push benutze ich sehr viel. Auch Force-Pull. Die Blitze benutze ich viel und dafür brauchst du einfach viel Machtfähigkeit. Und die level ich immer, wenn ich kann, level ich die höher, dass ich möglichst noch mehr Blitze und noch hochfrequentierter den Force-Push einsetzen kann. Da lege ich wirklich komplett den Fokus drauf, weil das ist so der Game-Changer. Nee, der Game-Winner ist das für mich, ja. Die Macht. Okay, ich setze momentan noch mehr auf Überleben als auf Macht. Und so setze ich zumindest meine Punkte ein. Also erst mal Vitalität und schnell Vitalität zurückgewinnen und dann auf Machtregeneration. Wenn wir nochmal auf dieses Level zurückgucken, haben wir alles gesagt dazu? Oder möchtest du noch irgendwas loben oder kritisieren, was wir bisher noch nicht angesprochen haben? Ja, ich will nochmal so ein bisschen, um hier nicht so False-Balancing zu betreiben. Es haben wir auch ein bisschen viel gemeckert über die Spielmechanik oder kritisiert. Aus meiner Sicht ja auch zu Recht, die ist kritikwürdig. Aber trotzdem finde ich nach wie vor das Level-Design finde ich wirklich gut. Die Atmosphäre, die erzeugt wird, finde ich wirklich toll. Die grafische Darstellung, also wie realistisch das aussieht, wie gut die Animationen sind, auch wie die Wookies sich bewegen. Und generell auch diese Quick-Time-Events, das ist wirklich ein Spektakel. Das Game ist von 2008, das ist echt eine lange Zeit her und es sieht absolut ansehnlich aus. Also das sind wirklich alles Sachen, wo das Spiel vollpunktet. Die Atmosphäre ist toll, wir haben es ja eingangs schon gesagt, wie Kashyyyk hier dargestellt ist, wie das Imperium diesen Planeten gebeutelt und geknebelt hat. Die Liebe zum Detail, die dann ja auch da ist, das mit den Überwachungsbildschirmen, wo Leia und R2 zu sehen, das ist mir gar nicht aufgefallen, das hast du mir jetzt noch gesagt. Das finde ich toll, das macht Spaß, ich bin gern in dieser Welt und das will ich an dieser Stelle noch positiv herausstellen, ja. Das unterschreibe ich sehr, sehr gerne. Ein kleiner Punkt von mir noch, mir ging die Musik in diesem Level ein bisschen auf die Nerven. In meinen Kampfsequenzen lief die ganze Zeit die Musik, die man hört in Rückkehr der Jedi-Ritter, als Luke gegen den Rankhawk kämpft. Die ist sehr schrill, diese Musik, die lief bei mir in Dauerschleife und wenn die nicht lief, lief die Musik aus der Sequenz, die Bodenschlacht von Endor, die Evox und ihre Zirkusmusik. Das ist nicht bei mir die ganze Zeit im Hintergrund, so bis, dass ich die Musik leise gemacht habe und das bei einem Star Wars Spiel, das ist, spricht Bände. Ich hätte mir gewünscht, dass Mark Risky, der Komponist, sich hier entweder für andere Kampfthemen entschieden hätte oder er hätte was Neues geschafft. Das hätte ich auch gerne gehört. Inhaltlich, dieses kleine Kapitel Captain Stern kam unerwartet und ist dann auch unerwartet schnell vorbei. Leia ist mutmaßlich mit ihrer imperialen Fähre weggeflogen und in einer Cutscene lässt sich Starkiller dann noch von Cota erklären, wer diese junge Frau war. Aber diese Cutscene hast du dir noch gar nicht angeschaut, hast du mir im Vorfeld erzählt. Deswegen können wir jetzt keinen Blick machen auf das, was jetzt als nächstes kommt, weil dann würde ich dich nämlich spoilern. Es kommt nämlich was. Ja, du hattest das schon mal vermutet, dass das kommen könnte. Okay. Deswegen will ich dir jetzt gar nicht zu viel verraten. Was ist denn im Moment dein Gefühl? Welches Motiv verfolgt Starkiller? Ist der auf der Seite der Guten oder auf der Seite der Bösen? Das ist schwer zu sagen und das macht es aber auch wieder so spielenswert für mich, weil die Geschichte mich packt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Dadurch, dass Leia ihn jetzt hier nochmal so ein bisschen angehuckt hat von wegen der Weg eines Jedi, wäre jetzt die Bukis zu befreien. Und er hat das dann ja auch gemacht. Er hat dir auch sagen können, du kleine Göre, zeig mir jetzt deinen Vater. Der Meister Cota hat gesagt, den, na gut, explizit hat er das nicht gesagt, dass ich den finden muss, aber es wird dann ja klar. Aber er lässt sich dann darauf ein. Und vorher hat er ja auch seinen Vater gesehen, der zumindest ja als Machtgeist erscheint und gekleidet ist wie ein Jedi. Deshalb wage ich jetzt hier die These, dass Starkiller eher auf dem Pfad der Jedi wandelt. Und ja auch nach wie vor sehr enttäuscht von seinem alten Meister Vader ist. Und da hast du mich ja letztes Mal eines Besseren belehrt. Er sagt dann ja zu Vader, ja, alles klar, wir wollen den Imperator zur Strecke bringen. Und das war alles nur so eine Finte, die damals abgegangen ist. Und ich habe das dann ja auch alles so geglaubt. Aber du hast mir dann ja auch nochmal die Mimik von Sam Witwer erklärt in dieser Cutscene, dass da noch so ein bisschen Interpretationsspielraum ist. Und dass Starkiller da durchaus vielleicht seinen eigenen Plan und seinen kleinen Rachefeldzug gegen Vader plant. Das war so der Gedanke, der jetzt in mir aufkeimt. Und dieses Level mit diesen guten Taten, die Starkiller hier vollbringt, bestätigt mich, dass es in diese Richtung geht. Und das finde ich natürlich sehr gut, weil ich bin immer gerne auf der Seite der Guten. Du hast ja auch am Anfang unserer Folge herausgestellt, wie viel Gutes ich schon vollbracht habe in diesem Spiel. Genau wie in dir beides angelegt ist, ist auch in dieser Starkiller-Konstellation durchaus noch beides angelegt. Also er fragt ja zum Beispiel, Leia, wie lange hat dein Vater schon den Cota über imperiale Ziele informiert? So, das könnte gefragt sein, so, ey, wie lange hat der uns schon verraten? Das könnte aber auch heißen, hey geil, wie lange macht der schon so coole Sachen? Aus dieser Perspektive heraus ist beides möglich. Er brüllt Cota an, ich will mit Bail Organa sprechen. Auch das kann man auf zwei Arten interpretieren. Also entweder arbeitet er noch für Vader und will deswegen Bail Organa sprechen, oder er arbeitet gegen Vader und will deswegen Bail Organa sprechen. Also ich will mit Bail sprechen, damit ich ihn ausliefern kann, oder ich will mit Bail sprechen, damit ich mich mit ihm verbünden kann. Es sind immer noch beide Pfade möglich. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, wird nichts verraten. Sicher ist, es wird wieder ganz viel für dich zu töten geben, Lasse. Großartig. Ich freue mich. Hoffentlich kann ich auch wieder Wookies befreien oder andere Unschuldigungen lesen. Ich danke dir für diese schöne Sitzung aus zivilisierteren Tagen. Und euch auch, liebe Zuhörende, dass ihr mit uns das Spiel The Force Unleashed nochmal durchlebt. Lasst uns eure Gedanken hören. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss, liebe Patreons. Danke für euren Support. Sowas von unzivilisiert. Ich habe genug von Ihren Spielchen. Aufhören! Ich habe genug von Ihren Spielchen.